Urs, jetzt sind wir zurück aus Brüssel. Zeit ist wie immer kurz. Wie habt ihr euch vorbereitet auf morgen? Ja, in erster Linie stand Regeneration auf dem Programm. Natürlich für die Jungs, die nicht so gespielt haben oder zu Hause geblieben sind. Mit denen haben wir gestern und heute trainiert. Ja, wie gesagt, es ging vor allem darum, gut zu regenerieren. Und dann gab es schon auch mal eine Analyse des Spiels von Donnerstag. Dann beginnen wir mit den Fragen. Matthias Koch beginnt, bitteschön. Herr Fischer, wie sieht es denn personell aus? Vor allem auch Kevin Behrens, steht der wieder zur Verfügung? Oder gibt es noch irgendwelche Nachwehen vom Spiel? Nein, das sieht eigentlich gut aus, wenn es um die Nachwehen geht. Kevin konnte gestern leicht trainieren, heute wieder mit der Mannschaft. Also von daher sieht das gut aus. Auch die Jungs, die ein bisschen angeschlagen waren aus dem Spiel. Auch da sollte alles okay sein. Verletzt nach wie vor Schäfer und krank Trimmel. Weiter geht es bei Stefanie Batschek, bitte. Hallo Christian, hallo Herr Fischer. Hallo. Herr Fischer, Sie hatten nach dem Spiel jetzt unter der Woche gesagt, dass es auch noch mal darum geht, um die Analyse der Fehler, die passiert sind. Das war ja nicht das allererste Mal. Sie hatten sich das eine oder andere Mal darum geäußert und haben aber auch in dem Zusammenhang gesagt, es ist ja nicht viel Zeit. Man hat so viele Spiele. Wie haben Sie genau an der Thematik gearbeitet oder wie werden Sie es vielleicht jetzt noch machen vor dem Frankfurt-Spiel und wie viel kann man da tatsächlich machen? Ja, vielleicht sollte man auch nicht zu viel machen. Ich glaube, wir haben es zur Genüge angesprochen. Trotzdem, am Donnerstag hatten wir wieder zwei, drei Aktionen, wo wir einen Ball zu einfach verlieren. Wo wir eine Entscheidung treffen, anstatt einen Ball wegzuschlagen, noch eine spielerische Lösung zu finden. Ja, ich glaube, das ist dann auch ein Prozess, das im Training auch immer wieder anzusprechen. Im Moment haben wir das nicht so zur Verfügung. Dann gilt es über Bilder, das zu zeigen, es den Jungs verständlich zu machen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist dann auch mal gut, weil wir es doch ein, zwei, drei Mal angesprochen haben. Und ich glaube, das sollte dann auch ausreichen. Weiter geht es bei Michael Färber, bitte. Ja, hallo in die Runde. Herr Fischer, Sie sagten, am Donnerstag, um das Spiel abzuhaken, braucht es den Moment, dass man es schnell sozusagen, ja, aus den, alt, anders formuliert, sorry. Um es aus den Köpfen zu bekommen, gilt es, diese Niederlage so schnell wie möglich abzuhaken. Wie schnell hat die Mannschaft diese Niederlage abgehakt? Was haben Sie da für ein Feedback in den vergangenen Tagen bekommen? Ja, also ich glaube, du siehst ja auch die Jungs. Also wie gesagt, wir haben am Freitag, als wir zurückkamen, haben wir die Analyse noch gemacht. Die war deutlich. Ich glaube, wir sind in gewissen Phasen des Spiels nicht als Mannschaft aufgetreten. Und das war vor allem das Thema. Ja, wir haben auch unsere Tugenden nicht so auf den Platz bekommen. Und ich glaube, auch da wissen wir, dass das eine Voraussetzung ist für uns, unser Gesicht, unsere Tugenden auf den Platz zu bekommen, um am Schluss auch erfolgreich zu sein. Das war so ein bisschen das Thema. Das haben wir deutlich nochmals angesprochen. Da haben wir am Donnerstag ein bisschen den Kopf verloren, weil ich kann nicht sagen, dass die Jungs es nicht versucht haben. Aber wir haben es nicht als Team versucht. Und dann wird es schwieriger. Weiter geht es bei Matthias Bunkus. War die erste Wortmeldung. Matthias Koch und dann gehen wir. Herr Fischer, um solche Sachen wieder einzuüben, zu studieren, die Automatismen hinzukriegen, wäre ja eigentlich so eine Länderspielpause wahrscheinlich jetzt der richtige Zeitpunkt. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Union täglich die Nationalspieler mehr werden. Das werden ja mehr als sonst fehlen. Wie werden Sie die Sachen dann trotzdem in der kommenden Woche versuchen, mit den Jungs anzugehen? Ja, indem wir es angehen, mit denen, die da sind. Ja, also wir werden das Training natürlich entsprechend ein bisschen anpassen müssen, weil doch neun Nationalspieler nicht da sind. Aber trotzdem kannst du an Dingen arbeiten, die eigentlich genau in die Richtung gehen. Und das werden wir versuchen, bestmöglich umzusetzen. Noch eine Nachfrage, bitteschön. Ich glaube, dafür wäre es wahrscheinlich aber sehr gut gewesen, wenn im Prinzip die relativ neu im Kader stehen, die sich ja immer weiter noch adaptieren müssen und weiter anpassen da gewesen wären. Gerade aber Juranovic und auch, ich glaube, Bruce Lyon ist jetzt auch unterwegs und auch Laidouni im Afrika Cup. Gerade die Neulinge, die die Prinzipien nicht so drin haben, nicht zu, sagen wir, 110 Prozent, die fehlen Ihnen denn? Geben Sie denen irgendwas auf die Reise mit oder versuchen Sie, wenn die zurückkommen, zu sagen, Jungs, guckt mal so genau, müssen wir es jetzt machen? Ja, ich glaube, die haben genügende Informationen in der Zeit bekommen, wo sie jetzt da sind. Und ich glaube, vielleicht ist es auch mal gut, einen Kopf frei zu bekommen, einen anderen Trainer eine Ansprache zu vernehmen oder zu hören. Ich glaube, es tut denen, den Jungs auch gut. Also von daher, nein, die bekommen nichts mit auf den Weg, weil in ihren Nationalteams haben sie andere Prinzipien, eine andere Herangehensweise, andere Abläufe. Und entsprechend müssen sie die umsetzen. Matthias Koch, bitte. Herr Fischer, beide Mannschaften sind ja in dieser Woche ausgeschienen im Europacup. Aber inwiefern hat dieses Spiel auch aus Ihres Sicht eine Bedeutung im Kampf ums internationaler Geschäft? Sie könnten ja Frankfurt durchaus distanzieren. Ja, könnte, könnte. Wir wollen eine Reaktion zeigen auf dieses Spiel von Donnerstag. Und dann geht es mir vor allem nicht, dass du ausscheidest oder verlierst, sondern um die Art und Weise. Und da muss eine Reaktion kommen. Und natürlich hat das Spiel eine Bedeutung, wenn es um die internationalen Plätze geht. Ich meine, es sind noch zehn Spieltage. Irgendwann, denke ich, müssen wir dann schon auch wieder beginnen zu punkten oder zumindest voll zu punkten. Weiter geht's. Bitte schön. Hallo auch von meiner Seite. Und haben Sie ja einen, sage ich mal, internationalen Geschäft weniger, worum Sie sich jetzt kümmern müssen. Klar, im Sport ist man nie glücklich, wenn man ausscheidet. Aber vielleicht Sie als Trainer, sind Sie jetzt vielleicht etwas entspannter, dass Sie jetzt wieder mehr Zeit zum Trainieren haben, überhaupt mal Abläufe einzustudieren? Ja, aber das hat ja eigentlich nicht auf mich einen Einfluss, dass ich entspannter bin. Wirklich nicht, sondern ich glaube schon, uns tun auch Trainings gut. Von denen hatten wir in letzter Zeit nicht allzu viel. Jetzt haben wir vorher gerade gehört, in den nächsten zwei Wochen sind doch neun Spieler weg. Also, du kannst nicht genau das machen, was du dir eigentlich vornimmst. Aber am Schluss gilt es, das Bestmögliche zu versuchen. Und irgendwann sind ja die Nationalspieler auch wieder zurück. Jetzt fallen, wie soll ich sagen, die englischen Wochen nicht ganz weg, weil nach der Nationalmannschaftspause ist es ja wieder eine englische Woche mit zwei Meisterschaftsspielen und Pokalspiel. Aber danach, ich glaube schon, es tut uns gut, wenn wir wieder mal eine normale Woche haben, wo wir uns wirklich eine Woche lang auch mit dem Gegner beschäftigen können, uns vorbereiten können und natürlich an Dingen arbeiten können, die uns am Schluss auf dem Platz helfen. Weiter geht es bei Michael Färber, danach Matthias Bungus. Ja, Herr Frischer, nach den kraftgezählenden vergangenen beiden englischen Wochen, die jetzige ist ja noch nicht zu Ende, stellt sich natürlich auch immer die Frage, wird es eine Rotation geben, wird sie größer, wird sie kleiner ausfallen und sind vielleicht auch mal Abwehrspieler wie Robin Knocher und oder Diogo Leyte Kandidaten für eine Pause? Sind sie, aber das betrifft eigentlich alle Mannschaftsteile und es wird eine Rotation geben, wie groß oder wie hoch, ja, werdet ihr morgen dann entsprechend sehen. Matthias Bungus, bitte. Ich lese dann am Montag nach, wie die Rotation war, danke, Herr Fischer. Wir werden das vermeldet. Ja, das ist schön, gut, nein. Sie sagten gerade, man kann sich auf den Gegner besser konzentrieren. Rönneau ist jetzt nun als ehemaliger Frankfurter ein Spieler, der diese Mannschaft noch ein bisschen kennt, auch wenn die eine hohe Fluktuation hatten. Wie wichtig wird er für Sie in diesem Spiel als Rückhalt sein? Wie sehr wird er von seiner alten Frankfurter Zeit profitieren können? Und vielleicht könnten Sie kurz mal skizzieren, wie sehr zufrieden Sie mit seiner Entwicklung sind, seitdem er sozusagen Saisonbeginn Nummer eins geworden ist. Ja, ich würde ihn als wirklich sehr solide beschreiben. Ich glaube, das wirkt sich dann auf die gesamte Mannschaft aus. Das gibt ihr dann den entsprechenden Rückhalt. Ich muss auch sagen, er hatte Spiele mit dabei, wo er uns Punkte gerettet hat. Ich glaube, wenn es um seine Entwicklung geht, ja, dass er schon auch von dem profitiert hat, dass er Minuten bekam, dass er einen gewissen Rhythmus bekam, ist dann, ich sage jetzt mehrheitlich auch, von Verletzungen verschont geblieben. Das sieht im Moment wirklich sehr gut aus. In den Jahren zuvor hat es ihn doch auch immer wieder zurückgeworfen. Nein, er strahlt eine Ruhe aus. Das überträgt sich dann auf die gesamte Mannschaft. Ja, man muss schauen, dass er das beibehalten kann. Matthias Koch, danach Stefanie Batschek. Ich wollte eigentlich zunächst kurz fragen, ob es noch Resthoffnung bei Christopher Trimmel gibt oder ob es ausgeschlossen ist für morgen? Ja, das sieht nicht gut aus, weil er doch einige Symptome hat. Dem geht es wirklich nicht gut. Also, ja. Die eigentliche Frage auch im Anschluss zu der Bonki-Frage nach Frederik Rönner. Am Donnerstag ist ja doch mal aus der Ruhe ein Vulkan geworden, als er kurz den Jamie Levening mal angegangen ist. Ist das ein Zeichen dafür, dass er die Nase voll hatte? Oder ist es auch mal ganz gut, dass er auch mal explodiert? Ja, also ich glaube, solche Reaktionen, glaube ich, gehören auch dazu. Nur, ich würde es mir wünschen, dass sie vielleicht ein bisschen früher gekommen wäre, nicht nach dem 3 zu 0 und kurz vor Ende. Nein, die haben das geklärt. Emotionen gehören dazu. Ich glaube, die Enttäuschung war dann auch wirklich groß bei allen. Und dann gibt es auch mal solche Situationen. Oliver Glasner hatte in der Pressekonferenz jetzt vor dem Spiel sich auch noch mal erinnert an das Hinspiel, gesagt, wir haben gewonnen, hatten weniger Ballbesitz als der 1. FC Union. Und das war erfolgreich. Auf was stellen Sie sich denn jetzt ein? Auf was für ein Frankfurter Team das hierher kommt? Ja, es gilt sich eigentlich natürlich auf den Gegner vorzubereiten. Aber nicht darauf einzustellen, wie viel Ballbesitz wir jetzt haben, sondern dass wir unsere Tugenden, unser Gesicht auf dem Platz bekommen. Und da ist in erster Linie nicht der Ballbesitz entscheidend. Matthias Bunkus noch mal und danach Matthias Koch. Christian, wir hatten ja diese Woche aus Neapel ein paar unschöne Bilder gesehen. Hat die DFL im Nachgang irgendwie dieses Spiel noch in eine höhere Sicherheitsstufe eingeordnet? Ist eine relativ große Präsenz da? Ich weiß, dass Frankfurt und Union im Laufe der 20 Jahre eigentlich mehr normale Begegnungen hatten als außergewöhnliche. Aber ist da trotzdem jetzt irgendwas noch gekommen in der Richtung? Nein, nicht als Folge dieses Neapelspiels. Also es gibt keine erhöhte Risikobewertung aufgrund von Fanverhalten, sondern aufgrund der infrastrukturellen Gegebenheiten rund um das Stadion. Dann kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu einer neuen Folge. Wie komme ich zum Stadion einer alten Försterei? Machen wir gleich. Also nein, daraus hat sich jetzt nichts anderes ergeben. Noch eine Nachfrage dazu? Wir können doch gleich zu der Folge kommen. Das wäre noch meine nächste Frage gewesen. Seit gestern habe ich gehört, ist die Hämmerlingstraßenbrücke von dem Verkehr wieder freigegeben? Nein, das ist nicht der Fall. Nicht zum Spieltag bleibt sie weiterhin gesperrt. Zusätzlich wird der S-Bahnhof Köpenick am Sonntag nicht angefahren werden. Sprich, es gibt einen Schienenersatzverkehr zwischen Karlshorst und Friedrichshagen. Deshalb haben wir selber einen direkten Bus-Shuttle eingerichtet zwischen S-Bahnhof Karlshorst und Wuhlheide. Sprich, da fahren zehn von uns gescharterte Busse ab 12.30 Uhr, also eine Stunde vor Stadionöffnung, fahren im Sechs-Minuten-Takt. Und wir hoffen, dass wir damit einen Teil dazu beitragen können, dass alle Menschen irgendwie pünktlich zum Stadion kommen. Nach dem Spiel fährt dieser Bus-Shuttle auch zwischen 17 und 19 Uhr. Es bedeutet nur für alle, die den Nutzen am S-Bahnhof Karlshorst, gut aufpassen, in welchen Bus man einsteigt. Denn am S-Bahnhof Karlshorst fährt der normale Schienenersatzverkehr Richtung Friedrichshagen ab. Es fährt unser Bus-Shuttle ab. Und außerdem hat auch die Straßenbahnlinie M17 nach Schöneweide Schienenersatzverkehr. Unsere Shuttle-Busse sind mit dem Hinweis Union Shuttle gekennzeichnet und wir hoffen, dass das also gut funktioniert. Ansonsten empfehlen wir natürlich auch noch die anderen Möglichkeiten, also mit der U5 bis Elsterwerderer Platz oder mit der S-Bahn bis Mahlsdorf und von dort aus mit Bus- oder Straßenbahn Richtung Köpenick. Und natürlich, ein bisschen wärmer ist er jetzt geworden mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder aber mit dem Schiff. Auch die Viktoria fährt das Spiel morgen an. 11.30 Uhr, glaube ich, startet das Schiff an der Vennbrücke. Insofern gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ganz wichtig, auf jeden Fall rechtzeitig auf den Weg machen, denn 15.30 Uhr ist auf jeden Fall Anstoß. Puh. Top. Oder? Ja. Ohne Zettel. Ohne Zettel. Spielen wir jetzt schneller, weil die Busse schon ab 17 Uhr fahren? Weil da ist nach meinem Dafürhalten die Partie noch nicht ganz entschieden. Obwohl vielleicht ja doch schon. Für die Frankfurter. Für die Frankfurter wiederum, ah, das habe ich noch vergessen. Es kann natürlich rund um das Spiel auch wieder zu Straßensperrungen kommen und der Anreise der Gästefans. Also das Auto können wir weiterhin nicht empfehlen. Eieiei. So, alle Fragen beseitigt. Nein, noch nicht. Eine Nachfrage. Ich bin durch Zufall da vorbeikommen beim Heimspiel gegen San Geloas. Da war zumindest der Fußgängerweg offen, obwohl er eigentlich als geschlossen gekennzeichnet worden war durch die Himmelingbrücke. Sagen wir so, wir bekommen die Informationen von Seiten derjenigen, die für Verkehrssicherung zuständig sind. Wir haben den Hinweis bekommen, wir sollen da bitte auch weiterhin vermelden, dass diese Unterführung gesperrt ist. Wir selber können jetzt nicht noch Baustellen sichern. Wir können versuchen, Busse zu chartern und hierher zu bringen und die Menschen hierher zu bringen. Die Baustellensicherung für die Baustellen anderer können wir nicht übernehmen. Also ich kann nur empfehlen, nicht da lang zu laufen, weil es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ist. Wenn es dann nicht zu sein sollte, weiß ich auch nicht weiter. Eine semisportliche Frage an Urs Fischer. Die Mannschaft kann sich dann auf ein längeres freies Wochenende freuen, am übernächsten Wochenende von Freitag bis Sonntag oder wie ist da der Plan ungefähr? Können Sie sich. Matthias Bunkus nochmal bitte. Daran anschließend die Frage, ein Testspiel ist wahrscheinlich nicht geplant, weil die Jungs einfach den Kopf jetzt mal freikriegen sollen. Oder wollen Sie für diejenigen, die so gut wie gar nicht gespielt haben, trotzdem was organisieren? Das kann ich gerne beantworten. Es gibt kein Testspiel im klassischen Sinne, sondern in Form eines alternativen Spielersatztrainings am Montag. Darauf haben sich zwei Vereine verständigt. Dieses Spiel findet aber genau wie jedes Spielersatztraining unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen und sage Dankeschön. Wir freuen uns auf das Spiel morgen. Und nochmal bitte pünktlich auf den Weg machen, damit 15.30 Uhr alle da sind. Dankeschön.